Herr Hofer, Sie haben lange damit gehadert, überhaupt anzutreten. Sie haben ungefähr zum Jahreswechsel den Kollegen von der ZIB2 gesagt, ich fühle mich für diese Aufgabe etwas zu jung. Ich bin jetzt 44 Jahre alt. Wenn Sie mich das in 12 Jahren noch einmal fragen und ich bin dann noch in der Politik, dann werde ich mit großer Freude sagen, ja, ich möchte unbedingt für dieses Amt kandidieren. Wenn Sie sich selbst das zum Jahreswechsel noch nicht zugetraut haben, warum soll denn ein Wähler Ihnen dieses Amt zutrauen? Ich habe tatsächlich gesagt, ich fühle mich zu jung für dieses Amt. Ich war damals 44, jetzt bin ich 45. Kein großer Unterschied. Aber es war einfach der Wunsch, riesengroß in meiner Partei und auch aus weiten Teilen der Bevölkerung, dass ich das mache. Und ich habe schon sehr mit mir gehadert, auch mit meiner Familie gesprochen, an diesem Tag, wo ich mich dann entschieden habe. Und eines war nach ausschlaggebend, die Kandidaten der anderen Parteien oder das Angebot, das noch hier ist, ist ganz am anderen Ende der Lebenskala angesiedelt. Jetzt bin ich so etwas wie ein Kontrapunkt mit meinen 45 Jahren, jemand, der halt so mitten im Leben steht und nicht schon jahrelang in Pension war. Aber die Frage, die Kernfrage ist ja, warum Sie jemanden unterstützen sollte, wenn Sie sich das noch vor ein paar Monaten selbst nicht zugetraut haben. Nein, also natürlich inhaltlich traue ich mir das natürlich zu. Ich bin dritter Präsident des Nationalrates seit vielen Jahren in der Spitzenpolitik. Ich war nur damals der Meinung, dass ich etwas jung bin. Aber dann wäre ich halt der jüngste Präsident in der Geschichte Österreichs. Kommen wir zu inhaltlichen Fragen. Seit gestern gilt der Deal der Europäischen Union mit der Türkei. Der ist in Kraft der erste europäische Versuch, die Flüchtlingsströme tatsächlich auch zu minimieren. Und statt Applaus gibt es Kritik von Ihnen dafür. Warum? Kritik gibt es am Deal deswegen, weil wir uns da Luft verschaffen für eine gewisse Zeit. Aber der Deal wird mittelfristig und sehr schaden wird. Die Türkei ist kein europäisches Land. Vor dem Weltfrauentag wurde mit Gummi geschossen, auf Frauen geschossen. Es wurde eine oppositionelle Zeitung gestürmt. Die Frau des Präsidenten träumte von den Vorzügen des Harem. Also bitte versteht mich nicht falsch. Ich mag die Türkei als Land. Aber die Türkei ist kein Land, das mit den europäischen Werten kompatibel ist. Und dieser Deal, noch dazu mit den beschleunigten Beitrittsverhandlungen, wird uns schaden. Aber Sie wollen weniger Flüchtlinge im Land. Sie wollen geordnete Verhältnisse an den Grenzen. Sie wollen ein Ende der Balkanroute. All das ist auch das Ziel des EU-Türkei-Deals. Und dennoch sind Sie dagegen. Müsste man als Bundespräsident nicht auch mal konstruktiv dafür sein und nicht immer nur Fundamentalopposition? Nein. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Sacharbeiter bin. Und dass ich mir immer überlege, wie kann man auch Lösungen herbeiführen. Nur hier sehe ich die Lösung nicht. Sie müssen wissen, es gibt jetzt 200.000 Kurden in der Türkei, die obdachlos geworden sind. Aufgrund dieser Kämpfe, die es gibt. Die Türkei ist ja nicht sehr minderheitenfreundlich. Wenn es Visa-Erleichterungen gibt, dann werden sich natürlich auch diese Menschen auf den Weg machen, in die Europäische Union und hier Asyl beantragen. Also das Ziel, weniger Flüchtlinge zu haben, das wird damit ganz, ganz schwer zu erreichen sein. Sie haben gesagt, wenn Sie gewählt werden würden, würden Sie die Regierung entlassen oder hätten Sie sogar schon bereits entlassen. Warum? Ich glaube, jeder, der Politik seit längerer Zeit beobachtet, sieht, dass Österreich einerseits ein ganz tolles Land ist, mit intakter Umwelt, mit sehr fleißigen Menschen. Aber dass wir immer weiter zurückfallen in den Rankings, auch was die Standortqualität anbelangt. Die reale Kaufkraft geht zurück. Also wir haben viele Probleme, die nicht gelöst werden. Es wird immer schlimmer. Und der Präsident ist jemand, der sehr eng mit der Regierung zusammenarbeiten muss. Er ist ja direkt gewählt von den Bürgern, hat eine große Verantwortung. Und wenn dann noch dazu wie im Vorjahr Gesetze gebrochen werden, dann muss man der Regierung sagen, so geht es nicht, man muss es anders machen. Jetzt bemüht man sich, die Kontrollen anders durchzuführen. Und wenn es dann nicht gelingt, dann muss auch der Schritt stehen, wie bei einem Trainer, der sagt, okay, ich muss meine Spiele auswechseln. Aber gleichzeitig werfen Sie Alexander Van der Bellen vor, einen Bundeskanzler Strache nicht anzugeloben. Messen Sie dann nicht mit zweierlei Maß, wenn Sie sagen, Sie würden die Regierung entlassen, aber Alexander Van der Bellen darf einen Bundeskanzler Strache nicht angeloben? Van der Bellen hat gesagt, er würde, wenn die FPÖ zur stärksten Partei wird, das Parlament sofort wieder auflösen und gleich wieder neu wählen lassen. Das heißt, den Wählerwillen nicht zur Kenntnis zu nehmen und das ist eine sehr eigenartige Sicht der Dinge. Ich habe gesagt, wenn Regierungsarbeit nicht funktioniert, dann muss ich die Regierung austauschen. Ich löse nicht das Parlament auf, aber ich habe die Verantwortung auch als Bundespräsident, dass für Österreich gut regiert wird. Das heißt, Alexander Van der Bellen hätte aus Ihrer Sicht schon das Recht, Bundeskanzler Strache nicht anzugeloben, aber jemand anderen zum Bundeskanzler zu machen. Wenn es zu Nationalwahlen kommt, dann werde ich sagen, wenn ich Präsident werde, dass ich den Obmann oder die Opfer der stärksten Partei mit Regierungsverhandlungen betraue. Herr Hofer, das ist doch eine Ja- oder Nein-Entscheidung. Sie sagen, Sie würden eine Regierung entlassen, wenn Ihnen das Programm zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage, wenn das nicht passt. Und gleichzeitig kritisieren Sie Alexander Van der Bellen dafür, wenn er dasselbe macht mit einem Bundeskanzler Strache, wenn er sagt, das Regierungsprogramm passt mir nicht, widerspricht europäischen Werten etc. Van der Bellen würde ja unmittelbar nach einer Wahl sagen, ich nehme das Wahlergebnis nicht zur Kenntnis. Ich sage Ihnen, nach einer langen Phase, ich sehe ja jetzt nach einer Phase des Regierens, die ja nicht erst vor sechs Wochen ins Amt gekommen, dass es nicht funktioniert. Und ich sage Ihnen, allein, dass die Regierung weiß, wenn ich gewählt werde, dass ich im Notfall zu diesem Schritt bereit bin, wird die Regierungsarbeit schon ändern. Wenn eine Regierung jetzt beim nächsten Mal gewählt wird, die sagt, die antritt mit einem Pro-Flüchtlingsprogramm, die sagt, wir nehmen mehr Flüchtlinge auf, das wäre dann etwas, womit Sie wahrscheinlich persönlich, politisch ein großes Problem hätten, würden Sie die dann trotzdem angelogen? Ja, natürlich. Denn wenn die Bevölkerung eine Partei zur stärksten Partei macht, die sagt, wir wollen mehr Flüchtlinge in Österreich, dann habe ich das als Präsident zu akzeptieren. Denn die Nummer eins ist nicht der Präsident in Österreich oder der Bundeskanzler, sondern das Volk ist die Nummer eins. Und das haben viele vergessen. Sie haben Bundeskanzler Werner Scheinmann bereits als Zwerg, als Ja-Sager und als Lügner bezeichnet. Bis der nächsten Nationalratswahl sind es vermutlich noch zwei Jahre hin. Sollte ein Bundespräsident nicht eine funktionierende Gesprächsbasis mit dem Bundeskanzler haben? Als Lügner habe ich ihn nicht bezeichnet. Ich hätte eine OTS Ihnen zeigen können. Also das muss schon sehr lange her sein. Dass Sie eine lügige Zeit haben. Ja, aber ich habe nicht gesagt, er ist ein Lügner. Sie haben gesagt, er lügt. Ja, gut, Sie haben ja gesehen, was Feinmann noch vor zwei Monaten gesagt hat und was er jetzt sagt. Da kann man sagen, er hat seine Meinung geändert. Aber Sie müssen auch wissen, dass im Laufe eines politischen Lebens, das 20 Jahre dauert, man irgendwann auch einen Pressedienst finden wird, der vielleicht etwas schärfer ist. Jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass ich immer versuche, auch ein verbindendes Element zu haben. Dass ich zwar in der Sache dann konsequent und hart bin, aber schon versuche, jemanden nicht persönlich anzugreifen. Wenn ich jemanden persönlich beleidige, bin ich auch immer bereit, mich dafür zu entschuldigen. Aber das kann in der politischen Auseinandersetzung passieren. Die Frage war, haben Sie eine Gesprächsbasis mit Werner Feinmann? Kennen Sie ihn? Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit ihm gut arbeiten könnten? Das wäre ja einer Ihrer Hauptjobs als Bundespräsident. Wir begrüßen uns freundlich, genauso wie ich mit Van der Bellen eine intakte Gesprächsbasis habe. Oder auch mit allen anderen Kandidaten, Kohl, Hunsdorfer, Frau Gries kenne ich kaum. Aber das ist schon etwas, wenn jemand gewählt ist, dann muss man versuchen, auch eine offene Gesprächsbasis zu führen. Auch wenn ich in Sachinhalten nicht die gleiche Meinung vertrete. Es sind jetzt vermutlich fünf Bewerber am Stimmzettel. Richard Lugner wird es wahrscheinlich, gehen wir mal davon aus, nicht schaffen. Fix ist das erst morgen um 24 Uhr in der Nacht. Vielleicht auch, weil, wie die Kollegen von ATV aktuell aufgedeckt haben, die FPÖ beim Innenministerium Druck gemacht hat. Der Brief ihres Wahlkampfleiters, Herbert Kickler, ins Innenministerium. Da geht es darum, dass Richard Lugner für Unterstützungserklärungen Kinotickets verschenkt hat. Sind Sie froh, dass es Richard Lugner nicht schaffen wird? Hätte er Ihre Chancen gemindert, in die Stichwahl zu kommen? Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass im Endeffekt am Wahltag Lugner nicht sehr viele Stimmen bekommen würde. Aber wenn jemand die 6.000 schafft, dann ist er Kandidat und hat als Kandidat respektiert zu werden. Aber war es Ihrer Meinung nach illegal, dass er Kinotickets für Stimmen verschenkt hat? Wir haben in diesem Schreiben die Frage gestellt, ob das legal oder illegal ist. Das müssen die Experten klären und die Juristen. Aber haben Sie dazu eine Meinung? Also ich würde weder Kinotickets noch Luftballons gefüllt mit 100 Euro Scheinern oder ich weiß nicht was er verteilen. Man muss sich nur überlegen, wenn jemand jetzt wirklich reich ist, also wirklich sehr, sehr viel Geld hat und vielleicht die Möglichkeit hat, jedem, ich weiß nicht, 500 Euro zu schenken. Das ist für die Demokratie nie gut. Also sich etwas zu erkaufen, Stimmen kaufen oder auch Unterstützungserklärungen kaufen, da muss man sehr vorsichtig sein. Dann würde ich Sie bitten, mit mir eine kleine Zeitreise zu machen ins Burgenland der 90er Jahre. Sie waren damals FPÖ-Generalsekretär und die Nationalratswahl 1995 musste wiederholt werden. Sie erinnern sich vielleicht in zwei Orten, in Reuthe, in Tirol und in Donnerskirchen im Burgenland. Und es ging damals für die FPÖ um sehr vieles. Es ging um ein Nationalratsmandat, das hat auch einen Wert, nämlich 4 Millionen Schilling damals an Klubförderung. Jörg Heide hat ganz massiv Wahlkampf gemacht in Reuthe und in Donnerskirchen und hat dem Ort Donnerskirchen eine Kläranlage versprochen. Wer hat von einer Million Schilling bezahlt, hat das oder hätte das dann die FPÖ aus Parteigeldern. Die FPÖ hat dann bei der Wahl ganz massiv dazu gewonnen. Die Kläranlage kam nie, aber das Geld ist trotzdem geflossen. Und Sie ganz persönlich haben dann das Geld verteilt. 800.000 Schilling waren das, die in Donnerskirchen geflossen sind. 100.000 Schilling für den Musikverein, wie wir hier sehen, 150.000 Schilling für die Feuerwehr. Sie werfen einen Lugner Stimmenkauf vor, sagen, das war für die Demokratie nicht gut. Und die FPÖ hat damals in Donnerskirchen 800.000 Schilling verteilt für ein paar tausend Stimmen bei der Nationalratswahl. Sind Sie um nichts besser als Richard Luggen? Sie müssen wissen, dass damals, ich war damals Landesparteisekretär im Burgenland, es rund um die Kläranlage große Probleme gegeben hat. Die Kläranlage war dort über Jahre hinweg die Zentralkläranlage Wahlkampfthema. Die FPÖ-Burgeln hat sich sehr dafür eingesetzt, dass eine andere Lösung kommt, nämlich keine Zentralkläranlage, sondern dass es in jeder Ortschaft eine eigene Kläranlage gibt. Und das war auch Thema in Donnerskirchen. Und damals hat die FPÖ gesagt, wir geben das Geld nicht aus für Inserate oder für andere Dinge, sondern wir unterstützen diese Gemeinde. Nicht Menschen persönlich, so wie das Luggen macht. Ich gebe dir ein Kinoticket oder ich gebe dir was anderes oder du fährst mit der Limousine, sondern das war für die Gemeinde. Das ist schon ein großer Unterschied. Aber Sie haben vor der Wahl 1999 dann, das war die nächste Nationalratswahl dort, an viele, viele Vereine Hunderttausende Schillingen verteilt, kurz vor der Wahl. Haben Sie nicht das Gefühl, dass da der Eindruck von Stimmenkauf entstehen könnte? Auch wenn das jetzt nicht persönlich war, aber Sie kennen ja Vereinstrukturen im Ort, wenn da 150.000 Schilling für einen kleinen Musikverein kommen, dann ist das sehr, sehr viel Geld. Aber schauen Sie, wenn bei Nationalratswahlen ein Politiker verspricht, die NGOs bekommen mehr Geld oder es gibt Steuersenkungen, dann ist das eine ähnliche Maßnahme. Das bekommt jetzt nicht jemand persönlich mit einem Scheck, der Scheck war ja auch noch symbolisch, sondern es ist für die gesamte Gemeinschaft ein Mehrwert gewesen. Das ist ein großer Unterschied. Bis heute ist ungeklärt, woher die 800.000 Schilling kamen. Wissen Sie es noch? Ich habe, aus der Parteikassa natürlich. Ich habe eine alte Parlamentsanfrage von Ihnen gefunden, wo Sie sich sehr kritisch darüber äußern, dass türkische Behinderte in Österreich dieselben Rechte vor dem Arbeitsgericht haben wie österreichische. Gibt es für Sie zwei Klassen von Behinderten, indländische und ausländische? Naja, es ist die grundsätzliche Frage, ob Staatsbürger nicht besondere Rechte haben oder ob Staatsbürger die gleichen Rechte haben wie alle anderen Menschen auch. Ich bin ein Politiker, der sagt, ich habe eine besondere Verantwortung für Österreich und für die Österreicher. Wir haben eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen ein Gespräch mit betroffenen und behinderten Menschen geführt. Die Arbeitslosigkeit bei behinderten Österreichern ist extrem angestiegen. Und das ist meine Verantwortung. Und es ist natürlich schade, wenn auch Menschen aus anderen Ländern eine Behinderung haben. Aber ich muss unseren Arbeitsmarkt schützen. Und die Arbeitslosigkeit bei behinderten Menschen ist extrem hoch. Sie haben eine Petition gestartet zu einer Verankerung des Bargelds in der Verfassung. Haben Sie Ihre Geldbörse mit? Wie viel Bargeld haben Sie denn momentan drinnen? Ich habe meine Geldbörse im Auto. Ich habe mein Herr von einem Autounfall gehabt. Das liegt im Auto. Ich habe etwa 150 Euro in meiner Geldbörse. Und ja, das ist der Betrag, den ich normalerweise mithabe. Das Medianeinkommen, also das, wo 50 Prozent der Österreicher mehr verdienen, 50 Prozent der Österreicher weniger, liegt bei knapp 1400 Euro netto 14 Mal im Jahr. Laut Statistik Austria ist das, glauben Sie, wirklich ein drängendes Problem der Österreicher, ob man mit so einem Einkommen 500 Euro Noten benutzen kann oder nicht? Nein, die Petition befasst sich ja mit der Abschaffung des Bargelds insgesamt. Das ist etwas, was uns drohen könnte und was auch relativ schon real ist. Woher haben Sie denn die Hinweise? Die Gespräche oder die Ankündigungen der EZB gab es ja nur für die 500 Euro Note. Alle Beteiligten haben mittlerweile klargestellt, das betrifft natürlich nicht eine Abschaffung des Bargelds insgesamt. Ja, Juncker hat schon mal gesagt, wenn es eng wird, muss man lügen. Und ich glaube den Herrschaften gar nichts. In immer mehr Ländern, auch in Europa, wird diese Grenze, bis zu der man mit Bargeld bezahlen kann, immer geringer und geringer und geringer. Und es gibt eine große Gefahr. Wir haben jetzt Negativzinsen. Diese Negativzinsen werden sich auch auf den Bankkonten niederschlagen über kurzer Lange. Man ist schon fast bei Null. Was machen Menschen, wenn sie dafür bezahlen müssen, dass sie Geld auf dem Konto liegen haben, sogar mit Negativzinsen? Sie ziehen das Geld ab. Und das ist die große Gefahr, die uns droht, dass wenn dann es keine Möglichkeit mehr gibt, mit Bargeld zu bezahlen, so wie wir das bisher gewohnt sind, dass dann ein großes Stück Freiheit einfach weg ist und der Staat die totale Kontrolle über den Bürger hat. Und das will ich nicht. Gibt es auch Untersuchungen aus Zypern, dass genau das nicht passiert. Aber ich will noch weiter... In Zypern ist es nicht gerade repräsentativ. Die Frage, die mich viel mehr interessiert ist, viele sagen ja zum Beispiel, der 500-Euro-Schein wird ja vor allem dafür eingesetzt, Terrorkorruption zu finanzieren, als Schwarzgeld eingesetzt. Also für große Summen, wo man ganz bewusst unter dem Radar segeln muss. Wollen Sie das unterstützen? Das ist völliger Schwachsinn, weil es einem Kriminellen vollkommen egal ist, ob sie mit 500- oder 100-Euro-Scheinen unterwegs sind. Es ist wohl mit dem 100-Euro-Schein schon wahrscheinlich auch leichter. Und bitte, die kriegen ja auch keine Belege. Ich gebe ja keinem Kriminellen und sage, jetzt habe ich für dich da zwei Koffer mit Geldscheinen. Jetzt bekommst du einen Beleg. Das gibt es ja dort auch nicht. Also ob es der Verbrecher mit einem Koffer 500 unterwegs ist oder irgendwo drei Koffer Hunderter unterbringt, das ist völlig egal. Sie wären als Bundespräsident ja auch so etwas wie das Gewissen der Republik, das moralische Gewissen der Republik. Und die Aufarbeitung der jüngeren österreichischen Geschichte ist ja ganz eng mit dem Amt des Bundespräsidenten verknüpft. Man denkt zum Beispiel an die Affäre Waldheim. Sie selbst haben die Mitglieder der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg in Schutz genommen und mal gesagt, unsere Großväter sind mit Sicherheit nicht freiwillig in diesen grausamen Krieg gezogen. Wer sich weigerte, dem Einberufungsbefehl Folge zu leisten, wurde erschossen. Und man dürfe den einzelnen Mitgliedern der ehemaligen Wehrmacht nicht die Schuld für die Verbrechen des Hitler-Regimes zuschanzen. Stehen Sie nach wie vor zu diesen Aussagen? War die Wehrmacht ohne Schuld? Ich habe gesagt, die einzelnen Mitglieder der Wehrmacht. Mein Großvater väterlicherseits war Christdemokrat, auch in dieser Zeit. Das war für ihn nicht lustig. Und der andere Großvater ist aus Amerika eingewandert und hat also diese Phase nicht so erlebt wie andere. Aber ich kann doch einem einzelnen Mitglied, einem Soldaten, der dort gekämpft hat, nicht die Schuld geben. Der hätte sich erschießen lassen müssen, wenn er nicht eingerückt wäre. Ich stehe dazu. Gab es Verbrechen auch der Wehrmacht? Ja, natürlich. Also das beschreiten Sie nicht? Nein. Wenn Sie Bundespräsident werden würden, müssten Sie hier vorbei. Das ist das Deserteursdenkmal, das vor der Hofburg errichtet wurde. Die FPÖ hat ganz scharf dagegen demonstriert. Jene zu Ehren, die sich damals geweigert haben, sich der Wehrmacht anzuschließen. Würde Sie das stören, wenn Sie da jeden Tag vorbei müssten? Nein, ich weiß, vor ein paar Tagen erst dort. Sind Bärmacht-Deserteure wie Franz Jägerstetter, der sicher der bekannteste ist in Österreich, dessen Geburtstag sich auch kurz vor der Wahl jährt, sind das für Sie Helden, die man ehren muss? Wissen Sie, man muss sich überlegen, man kann nicht immer alles pauschalieren. Oft ist die Welt nicht nur weiß oder schwarz. Wenn jemand desertiert und dadurch in seiner Gruppe andere Menschen zu Tode kommen, weil er sie im Stich gelassen hat, dann ist er für mich kein Held. Wenn jemand sagt, ich will dieses Regime nicht, ich mache da nicht mit und ich riskiere mein Leben, um meiner Überzeugung treu sein zu können, dann ist er für mich ein Held. Also Franz Jägerstetter ist für Sie ein Held? Der Franz Jägerstetter war sicher ein sehr mutiger Mann, ja. Zu Ihrer Person, Sie posten immer wieder, da habe ich noch ein Foto von Ihnen, das Sie auf Instagram gepostet haben, ein Foto von Ihnen am Schießstand. Welche Waffe besitzen Sie denn? Ich habe eine Glock 26. Seit wie vielen Jahren? Seit etwa einem halben Jahr. Was war der Auslöser, dass Sie eine Waffe sich genommen haben? Ich schieße einfach gerne. Es ist für mich ein schöner Sport und ich mache das wirklich gerne. Ich frage Sie einmal in einem Fragebogen der Interessensgemeinschaft liberales Waffenrecht in Österreich geantwortet. Die FPÖ steht zum verfassungsgemäß garantierten Recht auf Selbstverteidigung und zwar auch durch Schusswaffen. Wehrhafter Persönlichkeitsschutz ist eine wirksame Generalprävention gegen kriminelle Handlungen. Mehr Waffen in privater Hand würden die Kriminalitätsrate senken. Verstehe ich Sie da richtig oder falsch? Ja, die Waffen, die bei kriminellen Handlungen verwendet werden, sind ja meistens illegale Waffen. Und es ist immer ein Zeichen eines autoritären Regimes, wenn man die Bürger entwaffnet. Ich will das nicht. Jeder Mensch, der, man muss sich ja einer strengen Prüfung unterziehen, ja, psychologisch, dann auch Waffenrecht, Waffentechnik und so weiter. Und wer diese Prüfungen macht und einen Waffenpasst oder eine Waffenbesitzkarte hält, wird dann auch weiterhin geprüft, ob er die Waffe sicher verwahrt und so weiter und so fort. Wenn er sich etwas zu Schulden kommen lässt, dann wird die Besitzkarte wieder eingezogen. Also wenn jemand die Voraussetzungen erfüllt, soll er natürlich auch eine Waffe haben dürfen. Aber ist eine Waffe zu besitzen und wenn viele Bürger eine Waffe besitzen, ist das ein Beitrag zur Senkung der Kriminalitätsrate, wie sieht das damals? Wenn Bürger eine Waffe besitzen, die alle Voraussetzungen erfüllen, um eine Waffe zu besitzen, dann haben sie die Möglichkeit, auch ihr Heim zu verteidigen, wenn etwas passiert. Natürlich. Die USA wählen im November einen Präsidenten. Da sie das momentan nach einem Zweikampf Hillary Clinton und Donald Trump auswählen, wenn sie dürften, wen würden sie denn wählen? Also ich habe mir da wirklich schon viele Gedanken darüber gemacht und bin zu keinem Entschluss gekommen. Es ist dieses System in den USA einfach sowas von anders, wo Kandidaten der eigenen Partei aufeinander losgehen, wo die Show so im Vordergrund steht. Ich kann gar nicht abklären, ist das jetzt alles Show, was da gesagt wird? Oder wenn jemand geht und jemand mit dem Finger auf die Leute zeigt. Ein Modell, das mir nicht gefällt und ich kann auch nicht sagen, wer dort Präsident werden wird. Und ich will auch nicht sagen, wer es sein sollte. Denn wenn ich Bundespräsident werde, dann muss ich ja gute Kontakte pflegen zu allen Staaten, auch zu den USA. Und wenn ich sage, der soll es werden oder die soll es werden und dann wird es die andere Person, ist das nicht optimal. Also das mache ich in meiner Funktion bei diesem Wahlkampf nicht. Viele sagen ja auch, Donald Trump ist das, was in Europa schon seit vielen Jahrzehnten gang und gäbe ist, nämlich der Rechtspopulismus. Also das, was auch in Europa mit der FPÖ und mit der Front National seit vielen Jahren tätig ist. Sehen Sie da eine Verbindung zwischen Donald Trump und der europäischen Rechten? Wenn man sich die Programme der Demokraten und der Republikaner ansieht, völlig objektiv, und dann vergleicht die Programme der Parteien in Österreich, dann wäre die FPÖ sogar im Vergleich zu den Demokraten eine Partei, die links davon steht. Also dieses Spektrum ist dort völlig verschoben. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und Populismus ist in den USA bei einem Wahlkampf ja in einem extremen Ausmaß vorhanden bei allen Parteien. Also diese Show ist ganz im Vordergrund. Ich fühle mich dabei nicht wohl. Ich möchte so einen Wahlkampf in Österreich eigentlich nicht. Sie haben gestern getwittert, Sie würden Ihren Kater Robby mit in die Hofburg nehmen, damit er die Mäuse im Keller jagt. Was würden Sie denn drei Stockwerke drüber machen als erstes, wenn Sie Präsident werden würden? Die erste Handlung wäre natürlich ein Treffen mit der Regierung organisieren. Das ist das Allerwichtigste. Und der Robby, das ist mein treuer Kater. Er glaubt übrigens, er ist ein Hund. Wir haben ihn aus dem Tierheim und er verhält sich manchmal wirklich wie ein Hund. Er muss ein Hund im Haushalt gewesen sein. Aber für mich ist es das Schönste, wenn ich nach Hause komme und dann kommt der Robby und setzt sich auf die Chance und beginnt zu schnurren. Das ist so entspannend. Das kann ich jedem empfehlen. Kater, der beruhigt und entspannt ist. Perfekt.